Das sind Strahlen-Zirkunden. Und das nennt man die Gliednis-Zirkunden. Und da oben ist ein Kamilion. Und da oben ist ein Kamilion. Wie viele Zirkunden hat das? Ein Zehner, zwei, zwei, vier, fünf, sechs. Also das sind ungefähr sechs Zirkunden hier. Und da oben ist ein Kamilion. 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 Das war's für heute. Das ist eine kleine Pannaf. und der Panda und der Berliner Zoo Hier ist der Berliner Zoo Hier sind Panda Man nimmt man auch Kung Fu Panda Garten Löwen Die ganze Afrika Guck mal Ah Der guckt Guck mal Guck mal Der hat ja da was an seinem Guck mal 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 Vielen Dank.